Es ist besonders schön, dass Jan Frederik hier ist, denn durch seine Begeisterung für TimeWaver ist es überhaupt erst dazu gekommen, dass wir dann auch Nuno Nina kennengelernt haben. Ich erinnere mich noch an ein Telefonat, das wir hatten. Jan sagte zu mir, du musst unbedingt Nuno Nina kennenlernen. Ich hörte aber nur Nuno Nina und konnte das nicht als einen Namen direkt identifizieren. Ich wusste also nicht, wen er da gemeint hat. Aber alleine durch seine Arrangierung hat es dann dazu geführt, dass Nuno und ich relativ schnell zusammen saßen und einiges ausgebrütet hatten. Also dafür gebührt schon mal ein großes... Ja, das ist... Genau, Applaus ist auch gut. Danke, danke. Dankeschön. Aber auf der anderen Seite ist Jan einer derjenigen, der jetzt schon seit vielen Jahren konstant vor allem mit dem TimeWaver Frequency arbeitet und das auch sehr erfolgreich tut und vor allem immer bereit ist, sein Wissen auch mit anderen zu teilen und weiterzugeben. Und so hat Jan uns in den letzten Monaten eine ganze Reihe von in seiner Klinik dort in Oslo erprobten Therapieprogrammen für den TimeWaver Home und den TimeWaver Frequency zur Verfügung gestellt. Und es war ihm ganz wichtig, dass jeder die einfach bekommt. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, diese Deep Cycle, heißen die, Programme? Ja, Deep Cycle. How many is it? Fifteen, I think. Fifteen. Ja, ungefähr 15 Programme. Also ein Zyklus, der sehr in die Tiefe geht und der eigentlich das ganze Spektrum des therapeutisch sinnvollen und vorbereitenden und vorsorgenden abdeckt. Und wir haben, Jan hat dazu auch ein Handbuch geschrieben. Das haben wir mittlerweile aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt. Bin mir nicht ganz sicher, habt ihr das bekommen? Ist das... Ja. Ah, super. Englisch oder Deutsch? Ah, no translation. Okay, translation. Somebody said to me that the German will be finished today, so I think you will get it very shortly. Ah, okay, okay. Das Deutsche wird gerade erst fertig, ihr bekommt es. Ist sogar schon da. Okay, they have it. Ja, also das ist was sehr, sehr Praktisches. Jan wird darüber sprechen. Und wir werden jetzt direkt nach der TimeWaver World eine neue TimeWaver Frequency Installation machen. Und da sind diese Programme dann alle schon drin. Und können dann von dort ganz einfach auf die TimeWaver Homes auch überspielt werden. Also nochmal vielen Dank, Jan, für dieses Geschenk für uns und für all unsere Anwender. Thank you. Thank you. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit deinem Vortrag. Dankeschön, Dankeschön. Okay, thank you. I don't think I will switch to English. I like to just fulfill the story with Markus and the Frequency. I've been working with Frequency for some years. I met Nuno in Holland in a seminar and we quickly established a good connection. So you will see, hopefully, even if I am at a very different level and I have a different time, because I shall be more practical and tell you something about my experience. You will see, we are connected in what I talk about. And you will see, what he talked about will be connected to what I talk about. Ich werde jetzt erst einmal auf Englisch weitersprechen. Ich möchte auch gerne die Geschichte zu Ende erzählen, die Markus Schmieke gerade begonnen hat. Also ich habe oder hatte mit dem TimeWaver Frequency gearbeitet und habe Nuno Nina in den Niederlanden kennengelernt und wir haben da eine ganz gute Verbindung getroffen. Ich werde eine etwas andere Ebene, eine etwas praktischere Ebene ansprechen und aus meiner Erfahrung heraus sprechen, aber inhaltlich ist es ähnlich. Ja, und ein weiteres Thema, was Markus gesagt hat. Ich habe Markus gesagt, dass wir mit Nuno sprechen müssen, weil Nuno hat einige gute Frequenzen und wir brauchen Frequenzen in TimeWaver. Because TimeWaver hat den Informationsfeld, und das ist der wichtigste Teil. TimeWaver hat den besten Informationsfeld-Systemen in der Welt. So, wenn ich sahe TimeWaver, meine Intuition sagte mir, wow, wir haben eine super, super-System hier, all wir brauchen ist die Energie-Systeme, denn in meinem Leben haben wir zwei Dinge, das ist Information und das ist Energie. So, wir brauchen die Energie-Systeme, das ist was ich, ich werde darüber sprechen, ich denke. Und dann, ich kam Nuno, und ich sagte, hey Nuno, look, ich habe diese Bücher, und ich habe diese Firma gesprochen, und sie sind sehr interessant, und ich denke, dass sie vielleicht unsere Frequenzen und was wir arbeiten mit in einem professionell System, TimeWaver. Und ich sagte, oh ja, wow, great. Und vielleicht ein Monat später oder zwei Monate später, ich war Skyping Nuno, wie wir oft tun, und ich sagte, wie ihr seid, was wir mit dem TimeWaver? Und er sagte, Markus ist hier jetzt. Oh ja? Oh, das ist großartig. So, das ist der Start von mir. Anyway, I think it's important, before we talk about, oh sorry, next time I will do it in German. Und ich habe mit Markus über Nuno gesprochen, beziehungsweise mit Nuno über Markus gesprochen, und habe dann gesagt, ja, also, wir brauchen, der Markus sagt mir, wir brauchen Frequenzen, und das ist ganz, ganz wichtig in der Informationsfeldmedizin, und das TimeWaver-System ist das Beste in der Welt. Und meine Intuition sagte mir, ja, das ist ein super System, und wir müssen diesen Energieteilen abdecken, und es gibt diese zwei Aspekte, Energie und Information. Und ich habe dann mit Nuno über Skype gesprochen, und sagte dann, ja, ich habe da diese Broschüre bekommen von dieser Firma, die da was mit Frequenzen machen will, und diese Frequenzen in dieses TimeWaver-System einarbeiten will. Und er sagte, ja, das ist ganz toll, und einige Monate später habe ich dann wieder mit ihm über Skype gesprochen, und sagte, ja, was ist denn jetzt nun mit diesen Frequenzen, und da sagte Nuno zu mir, ja, der Markus ist gerade hier, und das ist dann sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Okay, super. So, I just want to start to set the things right, because everything Nuno said in the last lecture was a fantastic lecture. Of course, it was right, it was super, it was good. So, this is not about this. But he also talked about emotions. We have emotions controlling us very much. So, if you have one type of emotion, which is based on anxiety, Angst, or you have the other emotion based on love, Liebe, your body behaves totally different, and you are totally different. Also, ich möchte einige Sachen klarstellen. Nuno hat einen sehr fantastischen, ganz tollen Vortrag gehalten, und ich möchte ein bisschen auf die Emotionen eingehen, die uns beherrschen. Es gibt auf der einen Seite Angst, und auf der anderen Seite Liebe, und der Körper reagiert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen auf diese Emotionen. Und was ganz wichtig bei der Behandlung ist, ist natürlich nicht nur, dass man sehr gutes Wasser trinkt, wie wir gehört haben, sondern auch, dass sich die Patienten wohlfühlen. Diese Emotionen müssen eine Verbindung eingehen. Wir haben auf der einen Seite die Liebe, und auf der anderen Seite die Angst. So, with the emotion with fear, that means your kidney, your liver, and your stomach, they take a break. They don't clean out toxins. Because of fear. Because of anxiety. Stress. Also aufgrund von Angst oder Stress können die Nieren, die Leber und der ganze Bauch nicht die Giftstoffe aus dem Körper herausbringen. So even the great water cannot do the job if the body is totally stressed. So let's see a picture. Also der Körper kann nicht, oder das Wasser kann nicht die ganze Arbeit leisten, wenn der Körper unter dieser Anspannung ist. Empfinden Sie etwas, wenn Sie dieses Bild sehen? Do you feel good? Fühlen Sie sich gut? So do I, because it's my son when he was small. Das ist mein Sohn als er klein war. Oh yeah, it's true, it's true. Let's see the next one. Das nächste. Okay. Well, there. Also my son. Auch mein Sohn. And what you see there is you. The only thing is that he did not mess around with his emotions yet. He did not get trained in being stressed. He did not know all about being afraid. So the reason I show you this picture and these pictures are to remind you and me what is my true nature. Mit Hilfe dieser Bilder möchte ich mich und uns daran erinnern, was unsere wahre Natur ist. So when you are born, also wenn sie geboren werden, you are born happy, werden wir als glückliche Menschen geboren, and you are born to love everything and everybody. Und wir sind geboren, um alles und jeden zu lieben. So therefore, when you treat a patient, wenn man also die Patienten behandelt, you don't have to make anything new. Muss man nichts Neues sich ausdenken. You just need to help them to be natural again. Man muss ihnen nur dabei helfen, wieder natürlich zu werden. Because naturally, we are happy. We are born happy. Sind wir glücklich, wir sind glücklich geboren. and we love everything. Und wir lieben alles. If you give a child protection, you give them love, they give food, water, and they get good breasts, because that's also love in fluid. They will be happy and loving everybody. Also wenn man den Kindern Schutz gibt und sie versorgt mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, und ihnen auch die Brust gibt, denn das ist auch eine Form, ihnen Liebe zu geben, in flüssiger Form, dann sind sie wirklich glücklich. Man sieht in seinen Augen auch diesen wirklichen Tatendrang und das ist wirklich ganz etwas Natürliches. So that's why I'm here. I would not come here, so I remind myself not to be too nervous to speak to you, because I look at him and I think, why am I here? because I have something I want to share with you, because I feel some love. Ich bin hier, um etwas mit Ihnen zu teilen, denn ich spüre diese Liebe und deswegen möchte ich mich mithilfe dieser Bilder oder uns mithilfe dieser Bilder daran erinnern. Yeah. And of course, this reminds me of the best I can get. Just the best I can get. An das Beste, was ich überhaupt haben kann. I try to find this many times, but you know, this feeling I had just in this picture is kind of, it's worth not money. Let's have the presentation. So in these days, it's very popular to talk about Einstein as the old guy that didn't know too much and he was wrong about a lot of things. It's very popular. But I think he was right about some things. He says that everything is energy and that's all there is to it. Alles ist Energie und das war's schon. Do you understand this one or should he translate it? Alles ist Energie und das war's schon. Passen Sie sich der Frequenz der Realität an, die Sie sich wünschen und Sie können nicht umhin, diese auch zu bekommen. Es kann nicht anders sein. Das ist nicht Philosophie, das ist Physik. So, I can tell you from my experience that I've been searching since I was a little boy to understand everything. Ich wollte also schon als kleiner Junge begreifen, wie die Dinge funktionieren. And now I learn I know nothing. Und jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. But I know something is that in our natural science everything is just a theory. We accept, let's see. Also, was ich weiß, das bisschen, was ich weiß, ist, dass wir in der Naturwissenschaft alles als Theorie akzeptieren. It's a lot of theories. You know, we had some something, nothing there is a big bang and everything expanding and, you know, it's just a lot of theory. And actually, if you look at the 99% we don't know anything about because it's explained like dark matter, dark energy and all these kind of strange things that make the mathematics go around. We are left with 1%. Also, wir sehen, dass es unheimlich viele Theorien gibt, zum Beispiel den Urknall von aus dem Nichts wird ganz viel und so weiter. Also, wir haben, wir sehen, dass eigentlich nichts großartig vorhanden ist. Alles ist irgendwie dunkle Materie oder dunkle Energie und von diesen 99% die im Universum existieren wissen wir nichts. So, this one percent that I know something about a little bit. So, 99% I don't know too much about. I know something about love. That's a reality for me but it's not a natural science. I do not have a double blind study for love. Also, wir wissen vielleicht einen ganz kleinen Bruchteil. Diese ein Prozent, über die wir ein bisschen was wissen, nämlich weiß etwas über die Liebe, das ist etwas Reales, aber das ist keine Naturwissenschaft. Wir haben keine Doppelblindstudie darüber. So, for the one percent we know something about is called Electromagnetism. Also, diese ein Prozent, von denen wir etwas wissen, das nennt sich Elektromagnetismus. und this I discovered maybe 15 years ago. I'm 55, so it's about 40 years old. I understand that I learned two things in life. It's about love, which is a reality for me. And I learned that physical life means quite close to Electromagnetism. Think about it. what in my body is going on that is not electromagnetic. magnetic. Also man betrachte das Ganze mal aus naturwissenschaftlicher Sicht. Was gibt es im Körper, das nicht auf dem Elektromagnetismus beruht? Nothing. Nichts. We are electric. Wir sind elektrische Wesen. The light is electric. The transfer of my signals in the microphone is electric. My brain signals are electric. When I transfer my emotions, when I am happy, I send electric signals to the body. You can even see pictures where the body has different colors depending on how you feel. All the information are transported in the body in an electric way. How many of you know that 70% of all major events in the world the last 200 years occurred during solar flares? Wie viele von Ihnen wissen, dass in den letzten 200 Jahren 70% der Naturphänomene bei Sonnenstürmen passierten? Everybody understand it? Yeah? Okay. So that means that there are about five people here who knows a very simple fact is that we are controlled and influenced tremendously by electromagnetic fields and currents. Also das heißt, nur sehr wenige hier wissen, dass wir beherrscht werden oder beeinflusst werden von elektromagnetischen Strömungen. There is a study. It is 200 years accumulated of history and it's still being added new things to history that you see 70 to 80% of all the big wars, all the revolutions, everything happened when there was high solar activity. Also, they discovered that the amount of cardiac attacks and acute situations with psyche, depression also has a tendency occurring with high solar flares. Also, diese letzten 200 Jahre zeigen, dass 70 bis 80 Prozent dieser ganz großen Ereignisse, unter anderem auch Revolutionen oder Kriege und so weiter, auf erhöhte Sonnenaktivität zurückzuführen sind und beispielsweise weiß man auch, dass solche Dinge wie Herzinfarkte und so weiter besonders verstärkt auftreten, wenn die Sonne sehr aktiv ist. Do you know what is the most strongest electromagnetic pump in your body? Das ist die stärkste elektromagnetische pumpe im Körper. Yes, of course. Yes, of course. You can measure my heart rate from 6 meters away if it's not for all the noise. Also, man kann aus 6 Metern Entfernung die Herzrate messen. So, and also we know that from research in the United States, Institute of Heart Math, that when you connect ECOG, SAG, the brain waves and the heart waves and you measure what happens when you experience something important to you, the heart reacts before the brain. Also, Forschungen aus den USA haben gezeigt, dass wenn man die Hirn- beziehungsweise Herzwellen misst, diese ganzen Ströme misst, dann reagiert das Herz bevor das Gehirn reagiert. So, the brain is maybe not so important. Also, das Gehirn scheint nicht ganz so wichtig zu sein. And where you feel love, you radiate it from your heart. Und wenn man Liebe spürt, dann strahlt es vom Herzen aus. I can talk a lot about this, I try to stop. Ich könnte viel darüber reden, aber ich höre mal lieber auf. Anyway, another smart guy is the reason why we have cell phones and things like that, Tesla. He also said, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ein weiterer kluger Mensch, der Herr Tesla, seinetwegen haben wir Handys, sagte, can you go back? Oh, sorry. Wenn man die Geheimnisse des Universums finden will, dann sollte man in den Dimensionen von Energiefrequenz und Schwingung denken. So let's just, I take the liberty of going out of what I think I know until what I feel. I think both Tesla and Einstein were right, but I think Tesla and Einstein were right, but because all of these frequencies and all of this energy, why do we need it? These ganzen Frequenzen und diese ganzen Energien, wofür brauchen wir das eigentlich? To transport energy, to transport information. Um Energien und Informationen zu transportieren. When you hear my voice, do you hear my frequency or do you hear my information? Wenn Sie meine Stimme hören, hören Sie da meine Frequenz oder meine Information? When you hear the radio, do you hear the frequency FM 102.9 or do you hear the voice? Und wenn man das Radio hört, hört man die Frequenz, UKW, irgendwas oder hört man da die Stimme? So all the energy is just, as I think, a transporter, a medium for information. Also sämtliche Energie ist ein Medium oder ein Transportmittel für Informationen. And we know from TimeRaver Medical and from similar devices and research that we also have an informational exchange that does not require time. So there are at least two ways to transport information in the universe. Anyway, I will be practical. TimeRaver and also from TimeRaver research that we don't need time to create a exchange. Anyway, I think many of you have not seen this one. And this is very important to understand because remember, I am actually trying to come to the point to talk about the frequency and the home and frequency. So the energy devices with frequency information delivered to you and yourselves. Also wir kommen jetzt zu etwas ganz Wichtigem. Viele von Ihnen haben das noch gar nicht gesehen, aber wir werden jetzt dazu kommen, dass wir dann auch letzten Endes über den TimeRaver Frequency sprechen werden. This chart here was earlier described just simply as we told you if you have a high electric potential in the cell membrane, high voltage. Also wenn man ein hohes Energiepotenzial in den Zellmembranen hat, also unter Hochspannung steht. And if it's low, you have a health problem. Und wenn man das Ganze unten ist, dann hat man ein gesundheitliches Problem. If you know Nunu and what he just told you. Also wenn Sie Nunu kennen und was er Ihnen gerade gesagt hat. The possibility of the body to release acids and to keep the electric potential of the cell needs water and needs the possibility to detox. Also der Körper benötigt das Ganze, um Säuren aus dem Körper auszuleiten und um die Zellen zu schützen. But now we know more. Aber jetzt wissen wir mehr. Not more than he said, but more about the electric potential in the cell. Aber nicht mehr als das, was er gesagt hat, sondern mehr über das Energiepotenzial in der Zelle selbst. After a lot of researchers go together to see what happened to the cell. They now know that the electric potential of the cell is directly correlated to what the cell can do. Also die Forschung hat gezeigt, dass das elektrische Potenzial der Zelle mit der Leistungsfähigkeit einhergeht. So, it means if you are healthy and you have water and your body needs to make new cells and the body will take down the electric potential wird das elektrische Potenzial gesenkt and start to divide and it will increase the potential and stabilize as mature cells. Und dann wird das Potenzial wieder gesteigert und die Zellen werden als gereifte Zellen verbleiben. If you have cancer, wenn Sie Krebs haben, the electric potential of the cell goes down. Geht das elektrische Potenzial der Zellen nach unten. Not because the body wants it, just because the body cannot control the electric potential of the cell anymore. This can be of carcinogens, toxins, toxic food, too little water, too much stress, you cannot detox. So, if you stay in this area for too long, the ions, the electrolytes, the minerals, the oxygen, and so on, cannot exchange in the cells and the cells are about to die. Dann können die Ionen und die Mineralien und der Sauerstoff nicht mehr einen Austausch vollziehen und dann sterben die Zellen ab. Because the cells have love for life, they will divide without your help. Und dann werden die Zellen ein Eigenleben entwickeln und sich von allein anfangen zu teilen. So that's cancer. So if you increase, if you can increase the electric potential up to this level, minus 70 millivolt around there, you cannot have cancer. Und das ist dann die Folge oder der Auslöser von Krebs und wenn man das Energiepotenzial auf ungefähr 70 anheben kann, dann wird man keinen Krebs haben. Any question Also die Chinesen und die Inder, die konnten ganz gut sehen, wo diese Emotionen gespeichert werden. So when you take together modern science, the information about the chakra system, the information about the meridians, you will see that there are some correlations. Also wenn man die moderne Wissenschaft verbindet mit den Chakren und den Meridianen, dann kann man da sehen, wo das Ganze liegt. For example, from here you have the electric connections in the fascia, the meridians and the nerves and the blood supplies to the lungs and the small intestines from here. Und da hinten haben wir eine Verbindung über alle möglichen Dinge wie zum Beispiel den Sehnen und so weiter zu den Lungen und zum Herzen. And you see the word grief is connected to this area. Hier oben ist das Wort in helllila, das Wort Trauer mit diesem Bereich verbunden. So if you have a patient who has a chronic pain here, wenn man also einen Patienten hat, der hier chronische Schmerzen hat, you can be quite sure that they have a problem here. Kann man sich sicher sein, dass sie hier ein Problem haben. And this area is connected to this area und diese beiden Bereiche sind verbunden to the kidneys. Mit den Nieren. So if you have anxiety, Angst, wenn man also Angst hat, then you will hurt your kidneys. Dann wird man seinen Nieren Schaden zufüllen. If you cannot feel joy and love, wenn man keine Liebe spüren kann und keine Freude, you will easily get the problem in the heart. Dann wird man sehr schnell Herzprobleme bekommen. Wenn man mit dem Timeweaver behandelt, you should have this in mind. Sollte man das bedenken. Because the emotions are stored in the body as electric field. Denn die Emotionen werden im Körper als elektrische Felder gespeichert. So you can treat the fields directly or indirectly with the frequencies. Also man kann mit den Frequenzen diese Felder direkt oder indirekt behandeln. So let's say you are a therapist and you are a psychotherapist, you like to talk to the patient. If you talk to the patient and then stimulate the area where the emotions are stored, they can be released much quicker. You can do a release in one hour that maybe takes ten years in just talking. Also das heißt, wenn man Patienten behandelt und eben diese Bereiche behandelt, wo die Emotionen gespeichert sind, dann können diese Patienten diese ganz schnell von sich lösen, was sonst vielleicht sogar zehn Jahre dauern könnte. I think maybe you have experienced this, but you maybe didn't think about it. Viele haben das vielleicht auch schon erfahren, aber haben darüber gar nicht nachgedacht. So my time-wraver experience, my time-wraver frequency experience, because this is what I'm talking about. Und das ist meine time-wraver-Erfahrung beziehungsweise meine Erfahrung mit dem time-wraver frequency. Und ich dachte immer nur, es gäbe drei Optionen. Entweder man hat eine gute Behandlung, eine sehr gute Behandlung oder man hat irgendwelche wundersamen Ergebnisse. Und da ich nie lüge, muss ich mich selbst fragen, gibt es vielleicht manchmal Dinge, wo ich nicht erfolgreich bin. Und ich musste mir eingestehen, ja, manchmal habe ich auch keinen Erfolg. Und ich denke, das ist trotzdem eine gute Behandlung. Aber wenn das nicht klappt, dann liegt es daran, dass sie keine Verbesserung wünschen. Wenn sie es nicht wollen, dann kann ich es auch nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Patienten zu irgendetwas zu drängen. Man gibt ihnen etwas, eine Blume, und sie riechen daran und nehmen es in sich auf. Und Nuno hat hier eben auf der Bühne noch zu einigen Leuten gesprochen, und vielleicht haben es nicht alle gehört, warum hören ältere Leute auf Wasser zu trinken? Sie bereiten sich darauf vor, sich umzubringen. Sie werden sterben. Warum laufen ältere Menschen so rum? Oh, es ist sehr effektiv, weil man den Atem blockiert, das Oxygen, und man blockiert die Atmung, bzw. die Durchblutung, oder den Herz. Also wenn man gerne leben möchte, dann lebt man die Atmung, lebt die Atmung, lebt die Atmung, und trinkt die Atmung, Und wenn man gerne leben möchte, dann nimmt man das alles an, und läuft eben so rum, und trinkt, ist alles was. Ich werde sein Leben, ich werde sich rundum bleiben. Oh nein. Okay. The Chinese said, if you are aiming for the ground, you are aiming for the grave. Die Chinesen sagen, wenn man also auf den Boden zielt, dann zielt man aufs Grab ab. So you should aim for the sky. Das heißt, man sollte auf den Himmel zielen. Okay, so, let me see, so I have, yeah, let me do the miracles, because that's always funny. I had this old woman coming into my clinic, she was 86 years old. Es kam eine ältere Patientin zu mir in die Klinik, sie war 86 Jahre alt. She had spinal stenosis. Sie hatte eine Spinalstenose. I'm not a doctor, but the way I understand the disease, and I was told it was, that it's, your spine are getting compressed. It's just collapsing. Ich bin kein Arzt, aber so wie ich das verstehe, ist es so, dass die Wirbelsäule sich zusammenzieht. And she was going to the top specialist in Norway, the best hospitals, everything. She had the money and connections. And they told her, you know, that I know you can almost not walk. She was doing like this, and she could almost not sleep, because it was pain all the time, because the nerve system collapsed. And she was getting dizzy, you know, and the doctor said, the next thing for you is the wheelchair. Und die Dame ging in die beste Klinik in Norwegen, weil sie das Geld hatte und auch die Beziehung hatte. Sie konnte nur noch am Stock gehen, sie konnte gar nicht mehr richtig schlafen, weil das Nervensystem sehr beeinträchtigt war. Und da wurde dann gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Und die Ärzte sagen, da gibt es überhaupt keine Chance mehr auf irgendeine Verbesserung. Völlig unmöglich. Und sie kam in meine Klinik, ich habe die Diagnose bekommen, dass es 0,000 Prozent Chance gibt, irgendeine Verbesserung hervorzurufen. Können Sie mir helfen? Was hätte ich da sagen sollen? Well, I said, because I'm honest. I said, well, you know, it's an interesting case. Und ich war ehrlich und habe gesagt, ja, das ist ein interessanter Fall. Und ich habe schon sehr seltsame Dinge gesehen vorher. So, you know, let's just see. Einfach mal gucken. I promise you nothing. Ich verspreche Ihnen nichts. Und wir haben ihr sechs Behandlungen gegeben. Every second week. Jede zweite Woche. Und ich war sitzen in der Frontdesk, weil es niemanden da gab, und sie war über die Gehe. Und ich sagte, oh, wann willst du nächste Woche kommen? Und ich saß am Empfangstisch, weil es keinen anderen gab, und habe dann gefragt, wann sie ihren nächsten Termin haben möchte. Und was hat sie wohl gesagt? Oh, you see, I'm not dizzy anymore. Wissen Sie, ich bin jetzt gar nicht mehr so behindert. You see, I don't have this stick anymore. Ich habe diesen Stock gar nicht mehr. Because I can walk fine. Denn ich kann gut laufen. And you know, I can sleep anywhere I like. Und ich kann überall schlafen, wo ich will. Because I don't have any pain. Weil ich keine Schmerzen habe. Aber ich bin in fürchterlicher Verfassung. Weil ich nichts gemacht habe. So habe ich angefangen, Fitness zu machen. Also ich habe keine Zeit mehr für Behandlung. Und ich sagte, oh ja, okay, goodbye. Und ich dachte, well, das Universum ist fantastisch. Und das ist nicht der einzige Fall. Sie werden sehen, dass so etwas öfters passiert. Das ist auch ein gutes Beispiel. Zwar kein Wunder, aber ein sehr gutes Beispiel. Eine gute Behandlung. Eine Behandlung. Und sie kam zu mir und sagte, sie spüre irgendeinen sehr starken Druck im Kopf, als würde alles zerquetscht. Ein sehr starker Kopfschmerz. Sie hatte Spinal-Schmerzen und Lower-Back-Schmerzen. Mit dem Rücken und auch mit der Lendenwirbelmuskulatur. Und die Schulmediziner haben alles Mögliche versucht. Und wenn man dann mit Lendenwirbelschmerzen zum Arzt geht, dann werden da einige Schrauben reingesetzt und das Ganze wird versteigend. Aber das hat nicht wirklich geholfen. Weil es nicht irgendein Problem gelöst hat. Und das hier auf der rechten Seite ist die Chakra-Fotografie, beziehungsweise oben links und rechts die Chakra-Fotografie des Time-Maker-Met. Und ich glaube, einer der Gründe für die erfolgreiche Behandlung war, man sieht vorher und nachher, das obere Chakra war ganz gut. Und sie war vorbereitet, sie war bereit für die Behandlung. Und sie hatte auch vorher das Gefühl gehabt, dass es das Richtige sei, zu mir zu kommen. Und man sieht hier oben im Lappenbereich, ist mehr Energie. Der Körper hat also mit etwas gearbeitet. Ich habe sie vornehmlich als Lungenpatienten angesehen, das werde ich später noch erklären. Also mit dem Time-Maker-Frequency habe ich dann den Fokus, den Schwerpunkt auf die Lungen gelegt. Also wie Nuno auch gesagt hat, der Körper hat zwei wichtige Systeme, die Lungen und die Nieren. Und man muss herausfinden, welches System man behandelt. Also hier wurde vornehmlich die körperliche Energie der Zentren im Körper gemessen. Also der Time-Maker-Met hat eine sehr gute, macht viel mit Informationen. Und das Ganze, die Time-Maker-Frequency ist dann die Ergänzung dazu. Sie hatte ein sehr starkes Problem hier im Nacken. Man sieht hier, dass sowohl im Nackenbereich als auch im Herzchakra ein Ungleichgewicht herrscht. Und das Ganze hängt miteinander zusammen, dass es sehr oft so ist, dass man beides dadurch blockiert. So my experience is that you never have a problem in the body, in the front or in the back. Man hat niemals ein Problem im Körper auf der Vorder- oder auf der Hinterseite. You always have it both places. Man hat es an beiden Seiten. So if you have a problem in the back, you have a problem in the front. Und das heißt, wenn man etwas auf der Vorderseite hat, hat man auch etwas auf der Hinterseite. Anyway, I just give her one treatment. Next day she comes in, next week she comes in the door of the clinic. I come out to my office, you know, it's the normal day, you want to see. And then she stirs at the door and says, I am so satisfied. I am so happy, you know. Und nach einer Behandlung kam sie in der nächsten Woche wieder und sie stand bei mir in der Praxis und sagt, ich bin so glücklich, ich bin so zufrieden. Der Druck ist weg. Ich fühle mich wie eine neue Person. Eine sehr gute Behandlung. Manchmal dauert das vielleicht auch ein bisschen länger. So, was ist die typische Reaktion von einem Zeit- oder Frequenz-Treatment, von dem ich es sehe? Und man verbessert die Schilddrüsenfunktion und die Hormonproduktion wird stabilisiert. Man verbessert die Blutversorgung und auch die Sauerstoffversorgung des Gewebes. Man hat ein besseres Gleichgewichtsgefühl. Man hat ein besseres Wohlergehen und ein ruhigeres Gemüt nach der Behandlung. Man verringert den Stress. Und der Blutzucker wird reduziert, wenn er zu hoch sein sollte. Man hat eine verbesserte Mikrodurchblutung und auch einen Ionenaustausch. Genauso wie Nuno das mit dem Wasser gesagt hat. Wir müssen Nährstoffe in die Zelle hineinbringen und Giftstoffe heraus aus der Zelle. Salze oder Mineralien, wie wir sie nennen, wenn diese im Wasser aufgelöst werden, werden sie zu Elektrolyten. Und diese können Elektronen transportieren. Ionen. Das heißt, man hat ein vergrößertes Potenzial in den Zellmembranen und in den roten Blutkörperchen. Und das wird verhindern, dass sie sich zusammenklumpen. Und wenn die Blutkörperchen weiter auseinander sind, können sie besser den Sauerstoff transportieren. Also all diese Dinge zeigen in dieselbe Richtung. Ein Körper, der entspannt ist und in dem man sich wohlfühlt. Und das ist das Ziel ihrer Behandlung. Diese Frauen sind über 80. Und das sind nicht unbedingt die einfachsten Patienten. Man sieht hier kurz vor der Behandlung. Und das nach der Behandlung. Und man sieht, dass sie viel ruhiger aussieht. Und verbesserte Durchblutung in der Haut. Das ist meine typische Erfahrung. Wenn man es auf die richtige Art und Weise macht. Und wenn man in meine Praxis kommt, dann habe ich wirklich gutes Wasser. Und dann gibt es ein kleines Schild. Haben sie genug Wasser getrunken? Und dann sage ich immer, egal was sie dann sagen, ob sie es schon getrunken haben oder nicht, trinken sie noch mehr. Und wenn ich sehe, dass Mineralien fehlen im Körper. Dann gebe ich ihnen Wasser mit Mineralien oder Salzen. Ohne Mineralien oder Wasser kann man nichts transportieren. Das heißt, um das Ganze effektiv zu gestalten. Für den Tiefenzyklus, ich habe nicht viel Zeit. Für den Tiefenzyklus, ich habe nicht viel Zeit. Für den Tiefenzyklusprogramm, ich denke, dass Sie alle primär Ihre Intuition nutzen, aber Sie haben ein Papier. Bei einem Tiefenzyklusprogramm benutzen Sie wohl hauptsächlich auch Ihre Intuition, aber es gibt auch ein vorgeschriebenes Set. Ein Programm, was ich neulich erstellt habe, heißt Free Flow. So, everybody understands by intuition, what is Free Flow? Weiß jeder aus Intuition heraus, was Free Flow ist? Also, das ist die beste Art, um den Tiefenzyklus zu benutzen. Der Tiefenzyklus kann auch in der Klinik benutzt werden. Oder auf dem Time-River-Home. Beim Time-River-Home ist man auf dem Automatisierungsprogramm. I give the program, the deep cycles, a choice from several frequencies, several databases, for example, for kidney and lungs, different frequencies. For example, one program is called kidney all female and kidney all male. Also, es gibt verschiedene Frequenzen bei diesen Zyklen. Beispielsweise nenne ich ein Programm Niere nur für Frauen, beziehungsweise nur für Männer. Also, wir haben natürlich auch kleinere Unterschiede, wie zum Beispiel Prostata und Hoden und Eierstöcke und so weiter. Also, der Nierenzyklus für die Männer ist gut für die Prostata. Und man kann mit dem Time-River-Home sich da ein beliebiges Programm auswählen. Ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail darauf eingehen, aber an der Ferse hat man die Milz- und die Nierenverbindungen sehr nahe. Und wenn man diesen Bereich stimuliert, dann stimuliert man automatisch auch gleich die Meridiane, die durch die Geschlechtsorgane gehen. So, this is, you have direct and indirect effects. You can do in the clinic, the best treatment you can do is that you take a good breath, you look at the client and you ask Time-River, what is the issues with this client. You can use the informational matrix in frequency and you can, of course, you should look in Time-River-Medical. Also, man kann das Ganze direkt oder indirekt in der Praxis einsetzen. Man atmet tief durch, sieht den Patienten an und fragt den Time-River, was ist los mit diesem Patienten. Man kann da in die Informationsmatrix reingehen. So, this is what I say, individual treatments with intentional flow. Und das meine ich hier mit den individuellen Behandlungen, mit der Absicht und dem Strom bzw. dem Fluss. Und da ist das Universum dann zu Gange, wenn es Wunder für Sie vollbringt. But then, sometimes you are busy, sometimes you are maybe not super calm, maybe you are not total balanced when you start a treatment. Manchmal sind Sie vielleicht etwas sehr beschäftigt und nicht ganz im Gleichgewicht, wenn Sie die Behandlung beginnen. Und dann nimmt man den Time-River-Frequency, drückt dem Patienten die Elektroden in die Hand und nimmt dann den Ruhezyklus bzw. den Calm-Zyklus. Aus Zeitgründen kann ich Ihnen das jetzt so nicht in Gänze zeigen. Also man nimmt diesen Pure Calm-Zyklus und dann beruhigt man sich selbst. Man hört sich an, was der Patient zu sagen hat. Manchmal haben sie das Bedürfnis zu reden. Und das sollte man zu Beginn der Behandlung machen. Und dann sieht man auf den Time-River-Frequency und sieht dann die Frequenzliste. Und dann drückt man auf Puls. Und dann kann man die Einstellungen ändern. Oder man kann auf Stop drücken. Und dann kann man dem Ganzen noch Frequenzen hinzufügen, wenn man möchte. Und dann kann man den ganzen Rest machen und das Ganze abschließen. Und das mache ich öfters. Ich habe oft viel zu tun und muss dann erstmal den richtigen Modus finden. Und dann nehme ich den Deep-Cycle und den Tiefenzyklus. Und der Time-River findet dann automatisch die Prostata und sehe dann, dass alles richtig justiert ist. Und füge damit meine... Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber was sind die Dinge, die wirklich den Unterschied ausmachen. Und das sind vor allem Sie. Ich arbeite in der Klinik für integrative Medizin in Oslo. Und man muss den Informationsteil betrachten. Und über Informationen wissen Sie viel. Und Energie ist das, was wir elektromagnetische Energie nennen. Und wenn man das Ganze kombiniert, dann ist das Ganze Energie bzw. Materie. Und das ist ziemlich langsam. Wenn ich also die richtigen Umgebungsbedingungen für meine Leber schaffe, dass sie sich regenerieren kann, kann ich dafür sorgen, dass das Ganze an einem Tag geschieht. Aber das muss natürlich auch etwas länger dauern. Und dann kann das Ganze in sechs Wochen vielleicht passieren, dass die Leber sich regenerieren. Und das Ganze nenne ich langsam. Das ist die Materie. Also Lebensmittel zum Beispiel sind Materie und wir sollten das ganze Bild betrachten hier. Aber ich denke, Sie wissen auch Bescheid darüber. Also das sollten Sie sowieso auch wissen, aber ich werde es nochmal schnell sagen, weil ich es selber gerne mal vergesse. Tägliches Vorkommen ist in meiner Praxis. Wenn ein neuer Patient kommt, dann messe ich für zweieinhalb Stunden. Und dann schreibe ich alles auf. Und dann soll ich das in meinen Computer reinschreiben. Aber Sie werden bemerken, dass am nächsten Tag immer noch der Haufen von Papier daneben ist. Und am nächsten Mittwoch kommt wieder diese Patientin rein und ich denke mir, oh, sie habe ich doch schon mal gesehen. Was mache ich jetzt mit Ihnen? Und dann benutze ich diese einfachen Tricks. Und ich komme auf sie zu und frage sie, wie es ihr geht. Was kann ich heute für Sie tun? Gibt es irgendetwas, was Sie verbessern möchten? Ja, von diesen zwei Fragen, sie sagt, oh ja, mein Nacken ist ein bisschen besser, aber mein Fuß ist besser geworden. Und dann sagt sie, ja, mein Nacken ist schon besser geworden, aber mein Fuß. Und dann weiß ich ganz genau. Und dann bin ich mit ihr und dem Informationsfeld verbunden. Und dann denke ich mir, ja, sie hat also gesagt, sie hat Verbesserung am Nacken, aber ich möchte vielleicht doch die Nieren verbessern. Und dann setze ich an die Nieren an. Und dann führe ich die Untersuchung mit dem Timewaver Frequency durch. Und dann, wenn ich etwas mehr Zeit habe, nehme ich den Timewaver Mad und sie mir das in Bild an. Bevor sie in meine Klinik kommen. Und dann gucke ich nach, wie es ihnen heute geht. Und ich weiß, sie haben eine Verbesserung und dann bin ich auch sehr selbstbewusst, wenn ich sie begrüße, weil ich weiß, dass es ihnen besser geht. Und wenn alle Chakren sehr klein sind, dann muss ich etwas mehr Energie investieren. Und nicht vergessen, den Patienten zu berühren. Was haben 70% aller wiederkehrenden Patienten gemeinsam? Der Arzt hat sie berührt. Und ein Arzt, der dann nur in die Tastatur klimpert. Zudem geht man nicht wieder zurück, wenn man nicht auf den Posten geht. Und man sollte sie berühren, wenn sie auch wieder gehen. Weil wir das müssen. Und das Ziel der Behandlung ist es, den Patienten ein Wohlgefühl zu geben. Und wenn sie ihre Praxis verlassen, sollen sie sich sehr gut fühlen. Und wenn sie sich nicht gut fühlen, dann haben sie etwas falsch gemacht. Also wenn sie dafür sorgen, dass es den Patienten gut geht, dann werden sie auch zurückkommen, dann werden sie ihnen vertrauen. Und wenn sie den Patienten Anweisungen geben, dieses und jenes Wasser zu nehmen oder Nahrungsergänzung zu nehmen, dann werden sie das auch tun, weil sie ihnen vertrauen. Und wenn die Patienten sich gut fühlen, dann fühlen sie sich selber auch erfüllt und wissen, dass sie das Richtige tun. Und der Stress wird verringert, sodass sie entgiften können. Also dies sind meine Lieblingsfrequenzen. Die Wohlfühlfrequenzen. Also Durchblutung, Lymphe, Schmerzen. Stiff, Hypoxia, to little oxygen. Steifigkeit, Hypoxie. Calm, relaxed, wellness, balance. Ruhe, Entspannung, Wellness und Gleichgewicht. Und wenn man da eine Mischung erstellt aus diesen Frequenzen. Und dann sieht, ob es sich um eine Nieren- oder um eine Lungenperson handelt. Wenn man das mit einem neuen Patienten macht, werden 90% wieder zurückkommen. Weil sie sich gut fühlen und wichtige Dinge in ihrem Körper und im Leben passieren. Ich denke, ich muss nicht mehr über Wasser sprechen. Aber vielleicht können wir das hier noch ein kleiner Trick. So, ich nenne es Real Salt. Eigentlich, es ist eine amerikanische Firma, die aus dem Salz aus der Mauer. Es ist 30 oder 100 Millionen Jahre alt. Es ist total clean. Und es ist die gleiche Familie, die Leute, die Leute, die Leute, die in die Wasser. Ich nenne es Magnesium. Ich nenne es Vitamin B-Komplex. Ich nenne es Arginine. Das wird die Blutverkulierung erhöhen. Es wird erhöht, 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 erhöht. Es wird also alles, was ich mit der Frequenz machen. So, sie können es nicht resistieren. Wenn man das mit den Frequenz machen, wird es erhöht, erhöht, wird es warm, wird es Oxygen fühlen. Und es wird gut fühlen. Wenn sie sagen, dass es nicht gut fühlen, werden sie lieben. Also mit dieser Mischung mit dem Salz, Magnesium, Vitamin B-Komplex und so weiter, kann ich die Durchblutung verbessern, den Ionenaustausch verbessern. Und das unterstützt auch die Arbeit des Frequencies. Die Patienten werden sich viel besser fühlen und viel besser durchblutet und wärmer fühlen. Und wenn sie fertig sind mit dem Patienten, versuchen sie nicht, einen Monolog zu starten und das Gehirn noch irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Und wenn sie eine richtige Behandlung durchgeführt haben, dann ist nur noch die rechte Gehirnhälfte aktiv. Die linke Gehirnhälfte funktioniert dann gar nicht. Also das heißt, wenn man die linke Gehirnhälfte zu viel mit einbezieht und diesen ganzen Druck aufbaut, dann fühlen sie sich nicht mehr wohl. Und wenn sie mit Schmerzen zu ihnen kommen, dann ist das Letzte, was sie sie fragen, wie geht es ihrem Fuß? Nur diese eine Sache. 80 bis 90 Prozent werden sagen, ja, also meinem Fuß geht es jetzt viel besser. Weil jeder sich daran erinnert, dass wenn irgendetwas nicht richtig ist. Aber man muss sie daran erinnern, wenn etwas gut ist. Und dann kommen sie wieder und sie können ihnen helfen. Diese Frau hat Krebs. Probleme im Nierenbereich und im Lungenbereich. Und sie läuft so. Und durch die Meridian-Analyse im MED-Gerät kann ich sehen, dass im Nacken der Schwerpunkt liegt. Und vom Timer-Frequency-Matrix kann ich sehen, dass sie sauberes Wasser braucht. Also muskoskeletal beim Sitzen oder beim Stehen. So I say to her, you know, go on. You want to live? I'm in a good position, drink your water and I give her a treatment and you see, she is improving. Und man sieht nach dem Ganzen, hat sie eine große Vergesserung zu verzeichnen. Thank you. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.